Was gehabt meine OZ-Fighter? Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, sowohl Global als auch JP bekommt die Super Dragon Ball Heroes Campaign. Diese sollte diesen Donnerstag, 19.11. ab 6 Uhr morgens unserer Zeit erscheinen für beide Versionen. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Zusätzlich zu der Doka Now Episode haben wir noch offizielle Infos und Details zu den Charakterien bekommen. Diese schauen wir uns in diesem Video an. Falls ihr die Doka Now Reaction sehen wollt, ist ebenso online auf dem Kanal. Und an sich Freunde, ich sag jetzt schon mal entschuldigt, falls ich das Ganze hier überfliege und oder Fehler auftreten. Denn heute wird ein anstrengender Tag sein. Heute wird nämlich noch Dragon Ball Legends Videos ETC erscheinen und dazu wird auch noch ein Video kommen auf dem Kanal. Also drei Videos wird es heute geben Freunde. Ja und zusätzlich dazu haben wir noch frühzeitige V-Jump Leaks Änderungen vorbehalten. Dragon Ball Legends bekommt ein Topo und Dispo und Doka bekommt ein Transforming Bojack und eine neue Sangya. Ich warte aber diesbezüglich auf die V-Jump Scans und dann haue ich das Video dazu separat raus. Falls ihr das nicht verpassen wollt, checkt auf jeden Fall die Videos ab. Aber gut, zu den Infos und Details zu den Charakterien gibt es folgendes zu sagen. An sich finde ich sehr komisch und schade. Gibt es Unterschiede. Ja man haut eine Celebration raus, die zeitgleich auf Global und JP stattfindet. Aber die Charakterien unterscheiden sich ein paar davon. Ich verstehe das nicht. Wieso? Kein Sinn. Aber was genau meinen die Shoutout an Garage und Sa wird speziell Super Saiyan 4 Vegito auf JP in der Battle of Wits und in der Kamehameha-Kartorie sein. Auf Global aber nicht. Und auf Global hat Super Saiyan 4 Vegito den Linksskill Infighter anstatt Kamehameha. Ich verstehe das nicht. Wieso? Wieso macht man sowas? Keine Ahnung, Alter. Und an sich tun sich auch ein paar Typen unterscheiden von den Charakterien. Ich halte davon nichts, Mann. Wieso? Ich verstehe es nicht, Freunde. Aber gut. Könnte sein, dass es vielleicht ein Fehler ist. Dass dann ein Fehler gepostet wurde. Aber ich denke nicht um ehrlich zu sein, weil das ist nichts Neues. Frühere Special-Charaktere oder Crossover-Charaktere ist auch der Fall gewesen, dass die sich von Typen und Linkskids und so unterschieden haben. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Man haut eine zeitgleich Celebration raus auf beiden Versionen. Und dann... Egal. Badok ist so ein super physisch Typus, Freunde. Das sind seine Sets. Er hat leider keinen Dokkan Awakened. Verstehe ich auch nicht. Und ja, ansonsten Leader-Skill, Passive-Skill wissen wir. Ihr habt auch die Infos, Details haben uns angeschaut. Zusätzlich dazu haben wir noch die Linkskids, Freunde. Sane Warrior Race Experience Fighters Saiyan Raw. The First Awakened und Saiyan Raw. Das sind brutale Linkskids. Prepare for Battle Super Saiyan. Badok hat sehr geile Linkskids, aber nein, da kann ein Dokkan Awakened mann. 20-20 ein SSR-Charakter zu spielen, keine Lust drauf. Obwohl der, also verstehe ich das nicht falsch, schaut euch mal die Passive an für ein SSR-Charakter. Der ist übertrieben gut. Attacken F-140%, zusätzlich Attacken F-40%, wenn vier oder mehr Crossover-Katrui-Charakter im Team sind. Und macht sehr viel den Schaden gegen jeden, wenn die HP 80% drüber sind. Macht einen Crit, wenn die HP 90% drüber sind. Heavy. Katrui Crossover, Resurrected Warrior, Time Shores, Giant Ape Power, Dragon Ball Heroes, Pure Saints und Goku's Family. Super Attack von dem Boy macht ja an der Stelle immense Damage und zielt die Super Attack des Gegners. Gefällt mir. Bin ich auf jeden Fall dabei. Sehr schön. So, kommen wir zu Gohan. Gohan ist vom Super Attack-Typus. Auf Global und JP gleich, Bardock ebenso. Und der Boy, haben wir den Passive-Skill, haben wir auch schon vor Augen gehabt. Aber Attacken-Debt 140%, bekommt eine 40%ige Damage-Action, wenn dann vier oder mehr Giant Ape Power-Katrui-Charaktere im Team sind. Hat eine High-Chance der Gegner zu stunnen mit der Passive, wenn er eine Super Attack macht. Linkskill, Saiyan Warrior Race, Experience Fighters, Prepare for Battle, Saiyan Raw, Saiyan-Linish Super Saiyan. Ey, das sind auch wirklich geile Linkskills. Leider hat der Boy auch keinen Dokkan, aber ihr kennt bis dato. Crossover, Katoi, Issa, Dragon Ball Heroes, Hybrid Saints, Goku's Family, Giant Ape Power und Time Travelers. Super Attack macht immense Damage und... Ey, Super Attack macht immense Damage bei dem? Bei Bardock auch? Ey, okay, ich verstehe das nicht. Die haben... Die machen einfach immense Damage als SSR-Charakter. Ich verstehe aber den... Also es könnten Legit auch Dokkan-Objekt-Charaktere sein. Ich verstehe den Sinn nicht, wieso sie ihnen einfach keinen Dokkan-Objekt gegeben haben mit dem Dokkan-Objekt von Vegito. Dann hätten sie noch 4 Battle dazu, das wäre so geil. Aber an sich sind die auch brutal, so ist es nicht. Und tut massive Verteidigungsgegner senken. Okay. F2P-Charakter, Extreme-Tech, Demon-Gut, Sansa. Was hat der Boy drauf? Crossover-Kartorie gibt der Key Plus 3, HP, Attack und Defense 50%. Passive-Skill, Attack und Def 60%, bekommt auf den Angriff 15%, maximal 60% und bekommt eine Chance. Gegnerische Angriff zu Dodgen 10%, maximal 30% pro Crossover-Kartorie-Charakter-Mitglied im Team. Ist gar nicht mal so schlecht als Free-to-Play-Charakter. Links gilt Loyalty, Prodigies, Brainex, Shattering Limit, Master of Magic, Thirits for Conquest, Shocking Speed, Kratorie, Crossover, Dragon Ball Heroes, Terrifying Conquers, Battle of Wits, Time Travers, Dragon Ball Seekers. Warum lache ich? Ich merke schon, dass ich langsam müde werde. So. Mit einer Super-Attack tut er Greatly Verteidigung für eine Runde erhöhen, macht Super-Attack und zieht Super-Attack des Gegners. Ein sehr guter Free-to-Play-Charakter. Let's go, weiter geht's. Dabura, der ist auf Global-Extreme-Physisch und auf JP meine ich was Int. Sehen wir gleich. Warum? Keine Ahnung. Jedenfalls, der Boy. Leader-Skill, Kämmer, Dragon Ball Heroes, K3, 130 auf alles. Pass-Skill, Attack-Modaf 100%, bekommt zusätzlich Attack-Modaf 100% und senkt den Angriff und die Verteidigung des angegriffenen Gegners um 20% für zwei Runden. Wenn er gegen einen Gegner kämpft, kämpft er gegen zwei oder mehr Gegner, bekommt er auf die Verteidigung 100% und eine High-Chance zu dodgen. Gegnerisch Angriff ist gut für das Super-Bad-Rode. Link-Skill, Loyalty, Brutal Beatdown, Nightmare, Shattering Limit, Shocking Speed, Master of Magic, Fear and Fate, Kratorie, Crossover, Terrifying Conquers, Time Travers, Dragon Ball Heroes, Sibling Spawn, Dragon Ball Seekers. Bei dem könnte man sich drum streiten, wieso der nicht in Realm of Gods ist. Der heißt legit Demon God. Okay, ist ein Dämonen-Gott, aber God ist God. Keiner weiß. Dabura, wahrscheinlich war er kein Godly Powered oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Und durch die Super-Attack macht er auch Immense Damage. Ja, okay, der ist aber Awaked und hat eine High-Chance, den Gegner zu stunnen. Gefällt mir. Ist ein guter Super-Bad-Rode-Charakter. Auf Global gut für das Extreme-Physisch. Auf JP hat dann... Extreme-Int einfach. Keiner weiß. So, Tora. Tora, Tora. Demon God is Tora. Ebenso. Ich habe gerade Tora gesagt. Ich frage mich, warum. Es ist früher Morgen. Dragon Ball Heroes, Kratorie, Kripp, Hp, Attack, Reliefers, 150%. Durch die Passive-Skill gibt, hat sie auf den eigenen Angriff, Attack und Defense, 100%. Gibt jedem Verbündeten, Key plus 3, Attack und Defense, 30%. Dann noch zusätzlich mit einer High-Chance, dass sie zusätzlich weitere 10% auf den Angriff gibt. Und, selbes gilt für die Verteidigung nochmal High-Chance, dass es nochmal 10% Verteidigung gibt für jeden Verbündeten. Sehr ähnlich wie Supreme Kai of Time. Supreme Kai of Time hat eben nur 12% jeweils für Attack und Defense, zusätzlich drauf. Und gibt noch 12% Crit-Chance an sich. Aber, die Dame hier gibt noch, wenn die HP unter 50% sind, einmalig Extreme-Class verbündeten, Attack und Defense 50% und High-Chance um 50% HP. Sehr, sehr gut für das Extreme-Super-Bad Road oder Super-Bad Road an sich. Wirklich, der letzte Passive-Part. Links geht der Monarch-Power, Battlefield-Diva, Thirst for Conquest, Shattering Limit, Solid Support, Master of Magic und Scientist. In ihren Charakterien wird sie halt ein sehr guter Supporter sein. Cross-Over, Papi-Gods, Terrifying Conquers. Terrifying Conquers. Hat nochmal einen brutalen Supporter bekommen, Mann. Das laufen so cool herum. In einem Liederskill von cooler Kid-Boost, Metal-Cooler, Ella Tarns, Tarns. So geil. Battle of Wits, Dragon Ball Heroes, Time-Travelers, Siblings-Band, Dragon Ball Seekers. Siblings-Band auch einen brutalen Supporter bekommen, ja, an der Stelle. Durch die Super-Deck macht sie ebenso E-Man-Slammage, senkt den Angriff des Gegners und zielt den Gegner. Ein sehr guter Charakter für das Super-Bad Road. Jetzt, Broccoli. Super-Saint-4 Broccoli ist auf Global Extreme Strength, auf JP Extreme Tech. Du willst wissen, warum? Ich hab keine Ahnung, Mann. Jedenfalls, Giant-A-Power-Country, Keep-3, HP-Attack und Defense 130%, Passive-Skill-Attack und Defense 140%, wenn er eine Super-Deck macht, wenn ein Supporter in der Relation ist, wird das ein richtig geiler Buff. Macht eine Additional-Attack mit einer High-Chance, das eine Super-Deck ist, wenn es einen weiteren Giant-A-Power-Country-Charakter im Team gibt, beziehungsweise, sorry, in derselben Runde, in dem angegriffen wird. Links gilt Sane-Valley-Race, Super-Sane-Nightmare-Brutal-Beatdown-Prepare-For-Saint-Raw-Fields-Battle. Ey, ich feier den Link-Skill-Saint-Raw, vor allem nach dem Links-Level-Update gibt es noch Defense-Boost. Und die Giant-A-Power-Country ist ja so gesehen, der Künstliche Super-Saint-4-Country. Da sind alle Super-Saint-4-Charaktere drin und die haben einfach Sane-Raw, zuerst zu Feast-Battle und sonst noch, was sie drauf haben. Richtig geil. Kartui, Crossover, Pure-Saints, Time-Travers, Dragon Ball, Heroes und Giant-Abe-Power. Durch die Super-Deck macht er immense damage und tut greatly die Verteidigungsgegner-Sankern. Finde ich schade. Dadurch, dass du da so durch die Passive eine Chance hast, eine Edition Super-Deck zu machen, mit einer High-Chance oder einer Edition Attack, welches eine High-Chance hat, eine Super-Deck zu sein, hätte ich mir einen besseren Boost-Gewinn schon mal echt sein. So, keine Ahnung, Verteidigung, Angriff und Verteidigung für eine Runde erhöhen, sowas? Wäre geil. So, unser Boy, Super-Saint-4-Vegito-Zino, ist vom Super-Physis-Typus, bei der aber ihr seht immer die Sets hier, die gelistet sind, das sind auf 0%. Und der Boy gibt Crossover-Key-3-HP-L-Techno-Defense, 170%. Schon heftig, Freund. Er hat die Crossover-Kategorie eingeführt. Das heißt, in Zukunft können wir weitere Crossover-Charaktere-Campaigns erwarten. Lasst mich wissen, welchen Crossover ihr gerne sehen würdet. Also, ich würde definitiv gerne Charlotte von Dragon Ball Legends in Dokkan Battle sehen. So rum. Und die Sache, was ich aber schade finde, ist, ein Dokkan-Event wird ja nur während der Campaign online sein. Dies wiederum heißt, so gut wie sicher, dass die Dragon Ball Heroes-Charaktere nicht in normalen Buttern hinzugefügt werden, in das normale Charakter-Pool. Sondern sie werden einfach nur zu diesen speziellen Dragon Ball Heroes-Crossover-Buttern erscheinen. Einmal im Jahr? Zweimal im Jahr? Finde ich schade, Mann. Finde ich schon mal echt zu sein schade. Aber gut, so ist es halt. Aber das Ding ist, das suggeriert mir dann wiederum, dass wir eigentlich pro Mutlisum einen Features-Charakter bekommen sollten. Und wenn das der Fall ist, das ist schon geil, das macht was aus. Aber es ist halt schwierig gerade, ob man Summonen sollte oder nicht auf Global. Ihr wisst nämlich, welche Charaktere noch erscheinen, Freunde. Ella Gogeta, Blue, Jiden, FIFA, Gogeta. Zum Sex sehen könnte man sparen, ja. Vor allem, weil wahrscheinlich Ui Goku gegen Evo Vegeta erscheinen wird. Und schaut an den Kommentaren von euch heute in dem Video-Reaction-Video. Da hat jemand gemeint, da waren eine Figur auf dem Tisch. Und er meinte, alle Charaktere aus der Zeit hatten ein Duel-Dokan-Fest auf dem Tisch. Majin Vegeta gegen Super Sainsa Angel Goku. Vielfacher Vegeta und vielfacher Goku-Elle als Duel-Dokan-Fest. Aber Ui Goku und Evo Duel-Dokan-Fest gab es nicht. Und war das so ein kleines E-Sex, so ein Hint auf das 6-Jährige? Wir wissen ja, dass wir einen Ui Goku auf jeden Fall erwarten. Und mein Tipp ist immer noch, dass mit ihm Duel-Dokan-Fest Evo Vegeta kommt. Ich bin drauf gespannt, Freunde. Aber gut, zurück zum Thema. Attack und Defense 140% durch die Passive bekommt Vegito. Und er gibt der Crossover-Kathrie. Deren verbündeten Key-Plus-1-Attack-Nef-20% und Giant-Ape-Power-Key-1-Attack-Nef-20%. Ist ein Charakter in beiden-Kathrien, so wie er, bekommt er beides. Also er auch. Also er hat eine gute Passive. Und er hat eine High-Chance, gegnische Angriffe, gegnische Super-Dex zu dodgen und zu kontern. Ey, die Relation mit Gogeta und ihm wird heftig. Auf JP kann man das dann quasi direkt machen. Auf Globo müssen wir doch auf Gogeta warten. Aber apropos Gogeta. Vegito hat 10-Raw und Gogeta leider nicht. Ich finde es schade. Klar, es könnte einen Grund dafür geben. Keine Ahnung, zum Beispiel. Äh, ich hab jetzt die Folge in Dragon Ball Heroes nicht geschaut. Aber, keine Ahnung, dass zum Beispiel Sino, Goku und Vegeta sich erst Potara fusioniert haben. Also, dass sie zuerst zu Vegito wurden. Base-Vegito, Super-Sane-Vegito, bla bla. Und dann wurden sie zum Vierfacher. Und dann haben sie sich die Kraft des Giant-Apes zunutzen gemacht. Ungleich wie Gogeta. Der war schon Vierfacher. Also, Goku und Vegeta Vierfacher haben sich die Power zunutze gemacht. Aber Gogeta so gesehen nicht direkt. Weil sie waren schon Vierfacher und haben sich fusioniert oder so. Keine Ahnung, ihr merkt auch schon. Wirrwarr. Und das ist halt so eine Sache in Dokkan, wo mich noch ein bisschen immer noch triggert, wenn ich eigentlich zu euch, dass es so Unterschiede gibt, die man ein bisschen nachvollziehen kann. Aber auch irgendwie nicht. Also, die kommen halt nicht auf einen Nenner. Ein paar Charaktere haben das, die andere nicht. Obwohl sie es haben sollten. Und ihr wisst ja, wie es in Dokkan ist. Lange Rede kurz drin. Er hat Sane-Jaw. Gefällt mir. Vegeta leider nicht. Aber er hat noch Super-Sane-Infighter. Ja, wie gesagt, auf Global hat er Infighter. Auf JP kam er mehr. Fuse-Fighter, Power-Best-Off-By-God, Prepare-For-Battle und Fuse-Battle. Auf Global ist er in Crossover, Potara, Giant Ape, Power, Dragon Ball Heroes, Final Chomp Card, Time Travelers. Auf JP ist er noch in Battle of Wits und in Kamehameha. Ich vers- Warum? Warum unterscheidet man das? Ey, ich hab keine Ahnung. Jetzt regt mich auch früher, morgen. Er hat Verteidung für eine Runde und macht Immense Damage. Sorry, Immense Damage mit der Super-Tech. So, Bejido. Ja, genau. Hier seht ihr es auch schon. Der hat Nere-Kathrin, der kleine Säckel. Und der hat hier auch Kamehameha statt Infighter. Alles klar. Bokuli, Xtreme Tech. Auf Global Xtreme Strength. Toa, Xtreme Impass. Ach, der ist Xtreme RGL. Sorry, ich hab vorhin Xtreme Int gesagt. Der ist einfach Xtreme RGL. Und auf Global Xtreme Physisch. Gut, diese Charaktere bekommt noch ein Doku-Rank, Freunde. Indem ich das Ganze aufnehme, habe ich noch keine Übersetzung für diese Charaktere, okay? Das heißt, falls ich Übersetzungen bekomme, nachträglich werde ich sie als angepinnten Kommentar anpinnen auf dem YouTube-Video hier. Und auf meinen Twitter-Page, Doku-RMLD, werde ich das auch posten. Jetzt im Video werde ich selbst das ganz vage übersetzen oder predikten vermuten, okay? Also, es wird nicht 1 zu 1 stimmen, was ich jetzt sage. Aber, wie mache ich das Ganze fest? Ich halte mich hier dran. Also, das ist nämlich das Doku-Connect von dem Boy. Der tut Greatly Attack-Angriff für eine Runde erhöhen, also vor der Transformation Supreme Damage. Ansonsten hat er 120% Angriff, Xtreme Class gibt er Key plus 3 und Debuff auf alle Gegner Attack und die wird 20%. Okay, pass mal auf. Okay, Attack und Defense zu 120% wird er haben. Er gibt dann Xtreme Class, Key plus 3, Defense 30%. Also, da kommt ein Defense-Buff für Xtreme Class dazu. Debuff ist auch am Schatz gegen die Gegner Attack und die wird 20%. Und hier ist dann, und dann bekommt er irgendwas pro... Ich denke, hier steht, ich, wie gesagt, vage. Pro Crossover-Kartoui-Charakter bekommt er 10% auf den Angriff im Team. Kann ich mir vorstellen. So in den Dreh herum. Bekommt er bei Shattering Limit oder Fierce Battle? Shattering Limit bekommt er, weil guck mal, das sollte der Linkske sein. Shattering Limit bei Dabra. Und das sind dieselben Symbole. Bei Broly hat es zum Beispiel ein anderes Symbol, richtig? Und das ist der Fierce Battle Slot. Können wir uns kurz gucken. Fierce Battle Slot auf Global ebenso. Unten links, genau richtig. Also, die sollten Shattering Limit bekommen. Achso, beziehungsweise wussten wir das so oder so. Die werden ja durch die Story-Events, Special-Events erwaked. Okay, sorry, mein Fülle. Äh, mach weiter. Black Mass Saiyan. Oh Gott, okay. Was geht bei dem zuvor? Der hat Immense Damage gemacht, aber okay. By the way, ähm, der Boy wird auch noch durch die Super-Tech-Great die Angriff-Events für eine Runde, wie das scheint. Der Boy macht aber schon Immense Damage als SSR, also wird auch Immense Damage machen. Angriff und Verteidigung senkt er. Attack und F-90%, wenn er 6 oder mehr Ki hat. Dann nochmal zusätzlich Attack und F-30%, wenn er 8 oder mehr Ki hat. Und Keep-Luster, wenn er 10 oder mehr Ki hat. Was steht hier? 6, okay, ist der 6. Also, ich denke, wenn er 6 oder mehr Ki einsammelt, bekommt er Attack und Defense. 160%, die ist eine 10. Wenn er 10 oder mehr Ki hat, bekommt er Keep-Luster-Zeit. Und dann ist hier wieder irgendwas mit Crossover-Charakter. Mit einer 3, kann ich nicht sagen, was es ist. Weiß nicht, Freunde. Aber dann gibt es nochmal zusätzlich einen Attack, 60% Boost und nochmal irgendwas. Ähm, Immense Damage senkt Angriff und Verteidigung, sollte bleiben. Dann haben wir Dark Mass King. Bei ihm war folgend. Ebenso Immense Damage, Angriff-Verteidigung senkte als SSR-Attack mit 80%. Er bekommt zusätzlich Defense, 70% für 4 Runden, wenn er einen Angriff, nachdem er einen Angriff bekommen hat. Und halt 10% vom Schaden, den er verrichtet hat als HP logischweise. Und, pass mal auf, er taggt 100%. Dann, wenn er einen Angriff bekommt, nachdem er einen Angriff bekommt, bekommt er für 500 100% Verteidigung. Hier ist dann irgendwas mit Dragon Ball Heroes-Kartorie. Und das 10%, hier ist eine 10, ich denke, das mit, ja, 10% mit den 10% Damage hier bleibt, glaube ich. Aber hier ist auch irgendwas mit Dragon Ball Heroes-Kartorie, sollte das sein. Genau, hier. Und Immense Damage, Angriff und Verteidigung senken, sollte bleiben. Der Boy, wer war das? Supermider, genau. Great Air, der Verteidigung für eine Runde macht zu viel Damage. Als SSR-Attack 100% tut Guard des Gegners Disable und den Angriffen Gegners, den Angriff und Verteidigung senkt er um 20% für 2 Runden. Sollte bei dem folgendermaßen sein, Defense bleibt, dass der Great Defense erhöht. 100% Angriff, Defense 50% hat er, wie es scheint. Dann tut er Guard Disable, schätze ich. Sein Debuff bleibt und dann kommt da noch irgendwas hinzu mit Angriff 50% und irgendwas, tralala. Das kann ich jetzt nicht so übersetzen, sorry, Freunde. Ja, das waren alle Infos, Details zu den Charakteren. Lass mich wissen, wie er das Ganze empfindet. Ich finde, die Unterschiede verstehe ich einfach nicht. Ich finde das nicht geil. Ich hoffe, die Boys Sum, Freunde, auf JP bricht Lust drauf wegen FIFA, Ritter wegen dem Giant-L-Power-Team. Hoffentlich ziehen wir Vegito, weil das mit dem Featured-Multi, äh, ein Featured-Charakter pro Multisum bleibt. Dann sind die Chancen auf jeden Fall gut. Und ansonsten sprechen wir uns die Tage und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Mach's gut, Freunde. Peace.